und wir erschaffen langsam heim und helms und andere sachen da können wir vielleicht in der nächsten aufnahme session noch unsere armee und also unsere miliz und die aufrüsten unsere eim und bars jedoch sehen jetzt nicht so schön aus dafür haben wir jede menge copper bars die charcoal ist auch nicht gerade so 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 naja das könnte beide dauern so so im augenblick können keine sachen hergestellt werden weil wir kohle brauchen weil sich jetzt gerade asche und kohle gegenseitig so ein bisschen in die quere kommen so so jetzt ist hier alles voll gelaufen wie sieht es hier unten aus hier wird auch alles dämpft ok keine migranten so so wie es aussieht hat das ein bisschen geholfen oder auch nicht aber und seine soldat dem geht es ein bisschen besser aber unseren bonen und leder noch nicht so wirklich so 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 hier stehen immer noch die kisten im handelsdepot so so und leder ist fighting wir haben noch eine bonen leder oder kiff der eine bonen leder gerade gegen den hund naja stimmt wir haben zwei bonen leder einem habe ich ja die aufgabe weggenommen nämlich fab und der kämpft gerade mit dem hund was den typ vielleicht ein bisschen noch aufhören könnte zeigt mir mal unseren schlecht gelaunten bonen leder vor allem seine quartos ok das sind seine quartos ich könnte mir jetzt einfach den tisch da rein stellen aber ne mache ich nicht ich baue ihm eine statue dann hat er was schönes in seinem zimmer abh also also kiff unser stonemace kommt und macht eine rockstatue so dann gehen wir noch mal zu ihm seinen looms und platzieren dort eine statue okay das war das falsche rum ja das ist ein rum also der darunter also hier eine statue einstellen von einer spinne brauchen wir noch mehr barrels naja machen wir jetzt noch mal 10 chinchilla ist fighting warum zur hölle ist ein chinchilla hier eingedrungen huh ja ist eine riesige spinne ja jetzt hat er diesen quartos ja aber euphorik major injury health das würde immer auch ein bisschen aufs gemüt schlagen lack of dining tables wir haben aber mehr als genug dining tables hier eigentlich natürlich Naja, manche Sachen hier nehmen schon mal ab. Haben wir zur Zeit keinen Farmer, also macht das der Kloff? Ja, eigentlich sollte das der Kloff machen. Wir haben gerade keine Iron Bars mehr. Dann schmelzen wir auch zwei von den Anvils ein. The Forgotten Beast Telling Tatlostrarum has come. A huge bog composed of grime and fill that has a long curly tail and has a bloated body. Beware, it's poisonous vapors. Ach du meine Scheiße. Ich hoffe, es ist gerade niemand mehr hier unten. Hm? Okay, die Fischer sollten ihre Aufgabe abbrechen. Crossbows. Wo ist mein Zugang? Hier ist mein Zugang, okay. Zieh nochmal den Lever. Lanza hierher. Forgotten Beast is fighting? General has been found dead, okay. Okay. Ich habe keinen Alarm-Button oder sowas. Er bringt alle um, die jetzt da runterlaufen, weil sie zu blöd sind, um da runterlaufen. Das nervt mich jetzt gerade echt. Die kann hier im Burrow machen. Kann Accept machen. Alle civilians hinpacken. Ja, selbst der Baron ist gestorben. Und ich darf nicht schnell machen. Und es wird nur gestorben. Und der wird jetzt nicht gestorben. Und das wird schon gleich wieder gestorben. Und jetzt wird endlich die Fischer nicht gestorben. Und der ist mehr so großartig. Und da мне noch nie gestorben. Und ich kann auch nur gestorben. Und meine letztenки machen meine T غlis. Und ich kann eigentlich auch gleich neu gestorben. Bitten bei Cavespider, Twonglephantrum. Ja. Wir sterben geradeaus. Und ein Kind hat gerade den Lever zerstört. Okay, was für eine Wahl haben wir jetzt. Das Vieh randaliert da unten. Wo ist es denn? Sagen wir jetzt bloß ein einziger Crossbow hat es gerade erschossen. Ein einziger Crossbow hat es geschafft, das Ding zu erschießen. Nachdem es zig Leute getötet hat. Aber wie viele Leute? Guck. Ich glaube selbst sogar ich bin gestorben. Ja. Unser General ist gestorben. So viele Leute sind gestorben. Egal. Ja, da guckt General, Soldier, Jailor. Alle tot. Gut. Und damit beenden wir diese Aufnahmesession. Save and return to die. Gut. Ich glaube nach diesem Zwischenfall. Ich weiß nicht. Warum haben die Entwickler den Alarmbutton rausgenommen? Eigentlich hätte ich Alarm schlagen sollen und alle werden in meinen Dining Room gerannt. Aber nein. Okay. Wir machen jetzt hier einen Cut. Und da gibt es noch eine Aufnahmesession. Dann ist erst mal Pause. Bis der nächste große Patch kommt. Also. Bis gleich. Bis gleich.